Man sollte ja meinen, eine positive Version von Wie soll ein Mensch das ertragen? ist unmöglich, oder? Ziemlich trauriger Song, so im Großen und Ganzen. Wisst ihr was? Ich beweis euch das Gegenteil. Ich ende ein klein bisschen den Text und schon habt ihr den perfekten Song, um jemandem zu sagen, was er euch bedeutet. Markiert jemand, dem ihr Folgendes sagen wollt. Ich bin so froh, dich zu haben An jedem Tag, den ich lebe Ich wollt's dir einfach mal sagen Denn vielleicht wär's morgen zu spät Zu spät